Hallo und herzlich Willkommen zu Worms, heute mal im Western-Look mit Indianern und Grauboys. Und es regnet Blüten. Aber es ist um die Anerlalalala. Äh, nein. Okay. Oh, tschüss. Oh ja! Oh nein! Oh nein! War das geplant? Nein. Das war ziemlich... Ja. Ziemlich durchschlagen würde ich jetzt mal sagen. Meine Uschi ist gerade gestorben. Schon tot, okay. Ach Mann. Ja, das war doch mal ein Bums, du. So eine Uschi hält ja gar nichts aus. Was sollte sie denn alles ausheben? Keine Ahnung. Nach einer Mine und einem Schlag von einem Mech ist sie schon tot. Mist, dir geht's gar nicht rein. Nimm doch mal die Gitarre und spiel. Okay, so let's start, Bamba. Welche Gitarre? Oha! Ohohoho! Ich hab gesagt, du sollst Gitarre spielen. Ohoho! Hab ich doch! Das war keine Gitarre. Aber unten steht noch eine. Ich spiel gleich auf der Arschgeige. Gitarre, Gitarre, Gitarre. Auf der Arschgeige? Ja, du spielst die erste Arschgeige. Ich bin da. Genau. Es ist doch toll, wie schön verteilt meine Würmer sind. Ich würde jetzt zurückspringen. Ich bin sicher, dass sie da noch rauskommt, vor unten. Geh doch schwingen. Äh, was? Aha. Nö. Nö. Hat das geklappt? Äh, nein. Nö. Dann mache ich gerade eine Millisekunde zu spielen. Ist wohl nix. Tja, ich spiele heute das erste Mal seit langem wieder mit Controller. Und die Tasten haben mich etwas... Die Tasten sind komischerweise anders als auf der Tastatur positioniert. Kann das sein? Ja, genau das ist es. Und jetzt habe ich die falschen Knöpfe... Die falschen... Die falschen Knöpfe gedrängt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, super. Der ist schön... Okay, immerhin habe ich ein paar getroffen. Das war eine richtige Kette. Ich habe keinen Schaden gemacht. Wow. Aua. Aha. Ui. Zum Glück hat meine Uschi nicht gebrannt. Ich habe mich zwar... Ich habe mich zwar selbst verschädigt, aber... Es war's wert, mich zwar. Beschädigte Ware. Tut dir nicht weh? Ja... Das ist... Hey! Hallo. Hör auf meine Uschi zu... Verballern. Ich ballere, was ich... Ich finde ich will. Du ballerst in die Decke. Ja, ja. Ich müsste jetzt einen Deckenventilator... Nein! Ja, ja. Bitte. Was habt ihr nur gegen meine Uschi? Ja, ja. Flutsch. Ich... Ihr lasst mir überhaupt keine Chance heute. Ja, das war ein bisschen... Du hast ja noch mehr Säure minen. Aha. Nein! Ich wollte nicht da landen, dann habe ich die Kontrolle verloren. Das Spiel beschlossen. Jetzt darf ich meinen Hubschrauber nicht mehr weiter steuern. Ja. Ja, schön. Hast du auch Schaden bekommen? Ja. Ja. Oh doch! Genug! What the fuck? Genug! Oh ja, das war Gerechtigkeit. Ja. Ja. Ich wollte da schön am rechten Rand landen, aber nein! Ja, der rechte Rand mal wieder. Darf ich mich weiter steuern. Am rechten Rand ist nur noch Trump. Ich habe ja nur noch ein Wurm. Oh. Wow, was habe ich da in der Hand? Das Ninja-Seil. Das brauche ich jetzt nicht. Wenn es doch bloß ein Flugzeug gäbe, mit dem du davon da entkommen würdest. Keine Angst, sie kommt so oder so nicht mehr so weit. Oder etwas anderes mit Propillern. Wieso habe ich das Ninja-Seil? Das wissen wir nicht. Das solltest du eigentlich besser wissen als wir. Hätte ich jetzt gedacht. Wisst ihr, was lustig ist? Du hast einen Bleistift und du kriegst ihn in zwei. Dann hast du zwei. Okay. Aha. Ich fand das doch gerade so witzig. Das ist perfekt. Oh nein! So. Egal. Dann halt. Da schäfelt's. Böbidöb. Na genau. Und auf mich raus wahrscheinlich auch noch. Toll. Ja, super. Da unten nützt mir genau nix. Ja, da ist ja nicht einmal jemand. Ah, du blöder Schaf. Blöder Schaf? Toll. Heißt das nicht blödes Schaf? Blödes Schaf, ja. Aber du hast gesagt blöder Schaf. Ne. Oh ja. Ja. Ja, Socken gibt's. Ja, Socken gibt's. Ja, Socken gibt's. Hast du... Hol dein Ninja Seil raus. Sag mal nix. Schwing dein Seil. Blumms. Und weg ist er. Hat er Blumms gemacht. Du, Dumpsting. Oh oh. Wer hat den Akkowurf, hat er mir nicht verziehen. Oh oh. Der hat den Akkowurf, hat er mir nicht verziehen. Nein. Hopp. 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 Get out. Who is there? Hahaha. Oh nein. Ja, ja. Ich will da rauf. Nein, nicht da rauf. Nein, nicht da rauf. Aha. Perfekt. Ein Geschwitz zu platzieren und dann direkt vor den Lauf zu stehen. Haha. Gut, oder? Genial, ja. Oh, okay. Was? Ich hatte doch das Ninja Seil. Was war das jetzt? Was? Gefällt mir. Ich hab nur X gedrückt. Es war wohl nix, ja. Warum bin ich explodiert? Fragen über Fragen. Ich versteh die Welt nicht mehr. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, ob die Welt dich nicht versteht? Ja, das kann gut sein. Die Welt versteht mich nicht und ich sie auch nicht. Könnte schon auch sein, oder? Hm, vielleicht komme ich von einem anderen Planeten. Das könnte schon sein. Ah, das... Ah. Mann. Oh Gott. So ein Dreck. Oh, wie geil. Hier lebe ich noch. Das hat er aus einem Roadrunner gehabt. Ja. Oh Gott. Ich könnte... Ja, dann ist ... Ja, der nicht. Hm. Uiiiui. Oh nein, ja toll. O- A- 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 A. Auf der Fahrzeugmine und vor deinem Geschütz. Besser geht's nicht. Wir dezimieren uns selbst, glaube ich. Wir machen uns selbst kaputt. Ah, schön. Es ging gleich nach hinten los. Selbstdemontage. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Oh, du kannst den abflammen. Abflammen? Andere Richtung. Achso, das bist ja du selber. Dann bringt es nicht, wenn du dich abflammst. Nicht wirklich. Diese verdammten Geschütz-Türme. Okay. Jetzt habe ich einen Plan. Ah, ich hatte aus irgendeinem Grund die Uzi. Was ist das? Ah, das war die Uzi. Das ist die Bazooka. Du könntest hochspringen und in den Panzer einsteigen. Du könntest zum Beispiel auch einen Rocket Jump machen. Ist auch immer gut. Also in gewissen Spielen war ein Rocket Jump sehr beliebt. Oder ist sehr beliebt. Du weisst, dass du die Länge von den Balken verdoppeln kannst, wenn du ihn einmal drehst. Echt? Ja. Oh. Nein! Nein! Okay. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Heilige Granate schon verfügbar ist. Das hätte ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ja, hätte er. Das war irgendwie wie ein Furz im Wind. Nein! Die Geschütztürme! Ein Geschmützturm. Die Uhr ist geturmt. Ja, toll. Oh Mann, Emil, wo den Ding anbaust du noch? Okay. Ich habe den Treibstoff vergessen. Ups. Das war lustig. Nein, war es nicht. Für mich schon. Tut mir leid. Es findet sogar der Peter lustig. Das wäre jetzt wirklich lustig, wenn wir einen Peter hätten. Ein lustiger Peter. Oh, das muss ich jetzt einfach machen. Das ist mir egal, wenn ich auch draufgehe. Holy Granite. Das ist so. Okay. Oh ja. Vielleicht schon. Die Zeit kann immer noch ablaufen. Nur antippen. Nur antippen. Jetzt kann immer noch ablaufen. Ich glaube, die Leute ... Ja, okay. Das ist vielleicht. Sauf ab, sauf ab. Okay, der sauf ab. Bye-bye. Tschööööööööööööööööööö. Ich habe keine Ahnung, wer diese Runde gewinnt. Ich auch nicht. Nicht? Die Wurmverteilung ist hier ein bisschen... Das gibt's doch nicht. Was denn? Wie das Geschütz dich nicht getroffen hat. Holy Christ! Ja, nee, nicht so. Ja, das reicht trotzdem. Habe ich mir ein bisschen alles vorgestellt. Nee, reicht du. Okay, es reicht. Aber am Flammenwerfer. Oh Gott. Aber du hast noch einen Wurm. Was machst du da? Du beamst dich ja aus dem Gebäude raus, okay. Ja, er hat ein Geschütz drin. Ah. Ist natürlich durchaus eine Option. Okay. Mitgegangen, festgehangen. Eigentlich wollte ich das Healthpack da. Na ja, dann wollte ich das. Doch, doch. Wie willst du das bekommen? Das geht, das geht. Nein, es war rot. Nein, es war rot. Ah! Ich habe mich noch nie so sehr auf Weihnachten gefreut wie dieses Jahr. Ich habe mich noch nie auf Weihnachten gefreut. Dieses Jahr, wo ich's... Ja, ich sag noch mal, tschöme, du. Oh. Hm. Hitz. Ja. Habe ich da gerade zwei erwischt? Oder? Kann das sein? Von mir, da gab es nur noch einen. Okay. Ja. Okay. Ja, ich glaube, das hat gereicht. Spring in die richtige Richtung. Ich hatte ja noch nicht so Probleme in dem Warmsteil mit Springen wie hier. Ähm. Okay. Banane! Autsch. Das war's. Das hat mir wehgetan. Oh, 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 oh. Baze Ventura hat's fast erwischt. Du wirst sehen. Oh, oh, oh. Lass mich ruhig. Du wirst riefen. So einfach geht's nicht. Mach wenigstens mit Stil. Ich versuch's. Hab ich noch? Verflucht. Ich hab keinen Wundwechsel mehr. Hm. Fertig? Was versuch ich denn jetzt hier? Allee, diner! Ja, ich will eben was. Hm? Äh? Ich mach keinen Sinn, aber ich hab keinen Wundwechsel mehr. Wollte wir es anders machen. Ähm. Toll. Toll. Ich bin bereit. Jetzt hat sich ein Wurmwächsler gecraftet. Ja, kann man ja. Ich habe zu wenig Zeit, ich weiss jetzt schon. Nein, das reicht. Nein, reicht nicht. Nein, ich bin zu blöd. Ja, egal, gewinne ich trotzdem. War jetzt zwar nicht besonders elegant, aber... Aber ich habe noch einen von mir gekillt. Okay. War nicht ganz so elegant, das stimmt, aber... Also so schnell war ich glaube ich jetzt nicht, aber ja. Ich glaube wir haben... Irgendwie haben wir uns selbst alle gekillt, nicht? Fast ausschliesslich irgendwie. Ja. Niemand, der dir wirklich viel killst. Ja. Ich würde sagen, für diese Runde... Wir haben uns sehr gut angestellt und gefehlt. Was ging? Bis zum nächsten Mal. Tschö!